Kurt Schmidinger ist mein Name. Ich bin Geophysiker und Lebensmittelwissenschaftler. Von der Ausbildung her habe ich ein Projekt, das Future Food heißt. Da geht es um Alternativen zu Tierprodukten für die Zukunft. Ich bin auch Aktivist im Tierschutz- und Umweltbereich und in der IT-Branche verdiene ich mein Geld auch. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Da gibt es nicht sehr viele relevante Themen, also mal die Klassiker wie Klimakrise, Verlust von Artenvielfalt, Fruchtbarnböden, Regenwald, dann auch Rohstoffproblematik und Pandemien und Antibiotikaresistenzen im Gesundheitsbereich vielleicht global. Dann natürlich die Stabilisierung der Weltbevölkerung, ist glaube ich auch klar. Soziale Themen, das Auseinanderdriften von Arm und Reich und vielleicht auch globale Eliten, die sich da bilden könnten und all diese Themen. Und dann gibt es halt Bereiche, das sind so die Klassiker. Und dann gibt es Bereiche, die die Menschen nicht so am Schirm haben, die mir aber ganz wichtig sind. Zum Beispiel das unfassbare, also quantitativ unfassbare Leid in der industriellen Massentierhaltung zum Beispiel. Da muss man sich überlegen, dass da jedes Jahr 75 Milliarden Lebewesen durch dieses System geschleust werden. Und das ist zumindest einmal von der Quantität der ethischen Dimension etwas, was wir im menschlichen Bereich gar nicht schaffen können, weil wir ja bei weitem nicht so viele Menschen sind. Es ist einfach ein zigfaches an Lebewesen, die dort betroffen sind. Und ich glaube, dass wir das Thema unbedingt lösen müssen. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Auch da gibt es natürlich viele Themen. Eines der Themen, die wir beantworten müssen, ist die Ernährungswende, weil wir, wenn wir weg von der industriellen Massentierhaltung gehen und hin zu einer mehr pflanzlichen Ernährung, sehr viele der Themen, die ich vorher schon angesprochen habe, lösen können. Also wir können die Nahrungskette verkürzen, brauchen dann weniger Fläche, haben viele Flächen, wo wir durch Wiederbewaldung die Klimakrise aufhalten können. Also wir können eine CO2-Senke schaffen, wir können das 1,5 Grad Klimaziel realistisch schaffen, wir können Regenwaldzerstörung rückgängig machen, wir können fruchtbare Böden erhalten, Artenvielfalt erhalten, Pandemien und Antibiotikaresistenzen vermeiden. Immerhin verbrauchen wir weltweit drei Viertel der Antibiotika, nicht in der Humanmedizin, sondern in der Massentierhaltung, nur um dieses System zu betreiben. Und wir können nicht dieses ganze Tierleid vermeiden. Das heißt, das ist ein Thema. Und wie wir die Ernährungswende schaffen, ob wir quasi mit klassischen, natürlichen Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, das machen, ob wir pflanzliche Alternativen zu Tierprodukten forcieren, ob wir vielleicht sogar Zellkulturen hernehmen, um Fleisch zu produzieren, das ist dann alles quasi dann, also sehr viel Technologie einsetzen, das ist dann ein Feintuning, das wir machen können. Im Thema Ernährung, Energiewende ist auch viel zu tun. Da gibt es auch viele Herausforderungen. Zum Beispiel ist es ja so, dass wir dann Energiequellen haben, die nicht mehr so wie jetzt ganz steuerbar sind, sondern die haben halt große Schwankungen in der Versorgung. Und wir müssen konstante Energieversorgung, gerade im Strombereich zum Beispiel, sicherstellen. Und das ist dann eine gewisse Challenge, wie wir das quasi ausbalancieren und ohne, dass wir da Blackouts und so weiter in Zukunft dann haben. Also das wird sicher eine gewisse Challenge sein in diesem Bereich. Und dann gibt es nicht viele andere Bereiche. Also soziale Bereiche, da für mich auch eine Frage der Zukunft ist, wie wir dieses am Reich auseinander driften, verhindern. Und wie wir vielleicht auch Dinge verhindern, die wir jetzt in China schon sehen. Also wo quasi so die dystopischen Prophezeiungen von George Orwell eigentlich Realität werden. Wo wir Social Credit Apps haben, wo Menschen dann einfach danach bewertet werden, wie sozialkonform, also konform einer Elite quasi sich verhalten und entsprechend dürfen die dann reisen oder nicht und so weiter. Und man hat jetzt bei uns in der Pandemie schon auch Tendenzen gesehen, dass die Menschen, wenn es eine Krise gibt, sofort nach der starken Hand schreien. Und da müssen wir meiner Meinung nach sehr aufpassen, denn das wäre doch eine Welt, gerade eine Welt, wie sie jetzt in China gesellschaftlich schon gelebt ist. Das ist eine Welt, in der ich persönlich zum Beispiel nicht leben möchte. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Also in Wien meiner Träume haben wir eine andere Form von Ernährung ohne diese industrielle Massenerhaltung, was auch immer das dann alles sein soll, ist mir alles irgendwie willkommen. Wir haben eine Energieversorgung, die nachhaltig ist und auch unsere Mobilität wird nachhaltiger sein als heute. Ich hoffe, dass wir dann auch eine Möglichkeit haben, dass sie die Menschen das Wohnen wieder leisten können, weil das ist zum Beispiel ein Problem, dass diese großen Städte weltweit momentan alle haben, dass das natürlich mittlerweile ein riesen soziales Problem ist. Und ja, so stelle ich mir das Wien vor. Also dann doch eine lebenswerte Stadt hoffentlich. Und ich hoffe, dass wir unsere demokratischen Werte auch verteidigen.